3DO 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 4DO Es gab keine Überlebenden, nur das Schlachtfeld erzählte das Geschehen. Außer der massiven Zerstörung deutet die Anwesenheit von den Notauren auf eine plündernde Bande hin. Trotzdem war das Heer gut organisiert. 2DO 5DO 5DO 6DO 7DO 8DO 7DO 7DO 8DO 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 9DO Das ist das Werk der Dungeon Overlords. Offensichtlich waren die Zauberer vorbereitet, wurden aber dennoch überrannt. Diese Genieltaten zerreißen mein Herz und schüren meinen Hass. Erathias Banner muss respektiert und gefrüchtet werden, aber niemals in Eid. Ich denke an meinen geliebten Roland und meinen Sohn Nikolai und wie weit mich dieser Krieg von ihm fortdreht. Aber meine Aufgabe ist klar. Das Königreich meines Vaters muss überleben. Beratia darf nicht in die Hände seiner Gegner fangen.